Wilson González Ochsenknecht, erste Worte seine neue Liebe Wilson González Ochsenknecht, 32, ist frisch verliebt. Das verrät der älteste der Ochsenknecht-Geschwister in der ersten Folge der zweiten Staffel der familieneigenen Sky-Serie dieser Ochsenknechts. Wer die Glückliche an seiner Seite ist, will der Schauspieler nicht verraten. Doch im Gespräch mit Gala kann er sich den ein oder anderen Kommentar über seine neue Beziehung dann doch nicht verkneifen. Warum der 32-Jährige sein Liebesleben im Gegensatz zu seinen Geschwistern lieber abseits des Rampenlichts genießt und was er davon hält. Dass Cheyenne, 22, und Jimmy, 31, ihre Gefühle mit der Öffentlichkeit teilen, sehen Sie im Video.